moin moin und hallo wenn ihr eure apple watch series 4 in diesem fall verkaufen wollt dann ist es wichtig sie zu entkoppeln dafür braucht ihr euer smartphone euer iphone und da geht ihr auf die app watch jetzt geht ihr nach oben apple watch von euch und dort ist es ganz wichtig diese zu entkoppeln weil ansonsten hat euer nachfolger der das gekauft hat ein problem das ist ja dann so wie eine icloud sperre bei eurem iphone da müsst ihr auch erst sozusagen das iphone entkoppeln um es dann wieder zu verkaufen so also wir sind jetzt hier meine uhr apple watch und gehen dann auf das apple watch suchen apple watch entkoppeln wir werden diese apple watch jetzt entkoppeln von dem smartphone apple watch von sascha entkoppeln ja nun wird sie entkoppelt nachdem wir unser itunes passwort eingegeben haben das ist wichtig denn ansonsten sind die beiden miteinander verbunden und können dann nur mit eurem mit eurem apple passwort auch wieder entsperrt jetzt gehen wir auf entkoppeln und dann geht das los jetzt wird die entkoppelung gemacht apple watch entkoppeln dann einfach wird gerade von der apple watch entkoppelt das kann einen moment dauern jetzt werden die daten etc werden dann wieder auseinander gerubbt ihr seht auch die apple watch fängt an zu arbeiten und ist nun von unserem iphone getrennt das ist der erste schritt den ihr machen müsst wenn ihr eure apple watch verkaufen wollt oder wenn ihr einen die apple watch mit einem anderen apple id betreiben wollt ok apple watch entkoppeln ganz wichtig denn sonst habt ihr probleme wiederholen noch mal die apple watch app rein dann oben auf eure uhr gehen das i benutzen und dann auf entkoppeln gehen so jetzt sind wir hier jetzt ist keine apple watch mehr in unserem bereich da das heißt also hier können wir weg und hier auf der seite sehen wir dass die apple watch selber jetzt gerade am rebooten ist oder sich am neu zusammensetzen ist sie guckt jetzt was hier so abgeht so gucken was jetzt geht sie startet neu und jetzt sollte sie nach dem neu starten nicht mehr mit unserem account mit unserer apple id connected sein nicht mehr verbunden sein und das heißt wir können diese apple watch dann zurückstellen zurück auf werkseinstellungen bringen jetzt ist sie wieder am rum babbel das könnt ihr natürlich auch verwenden wenn eure apple watch nicht mehr so richtig funktioniert dann könnt ihr sie nämlich einmal komplett zurückstellen ergo entkoppeln dann resetten und danach wieder neu koppeln das über das das wird dann auch viele probleme lösen so hier habe sie ist sogar schon zurückgestellt cool bring iphone near apple watch aber die irre sascha so das heißt jetzt will sie erst mal dass wir die sprache ausstellen auswählen deutschland und jetzt deutschland und nun können wir die apple watch neu einrichten zum koppeln öffnen die apple watch auf dem iphone und tippe auf koppeln starten ihr seht wo ist die apple watch in einem iphone mit ios oder neu befindet sich die apple watch app auf dem home bildschirm zu aktualisieren der ios neu eröffnen die einstellungen iphone tippe allgemein das heißt also wir sehen hier die apple watch ist entkoppelt worden und danach hat sie sich automatisch resettet cool wir müssen sie ja nicht mehr zurücksetzen das haben wir doch gut hingekriegt oder lass uns mal iphone direkt daneben bringen so apple watch iphone konfiguration alles klar jetzt müssen wir wieder ganz normal in den in den modus gehen der neuen verkoppelung so und jetzt wird oder ist sie gekoppelt sehr schön jetzt haben wir sie schon wieder gekoppelt ihr seht also ihr braucht sie überhaupt nicht zurückstellen wie cool ist das denn so als neue app koppeln rechtsträger rechts alles klar akzeptieren jetzt werden wir uns mal schnell durch babbeln und dann werden wir sie nochmal zurücksetzen weil das ist immer sehr wichtig wenn dann eure uhr nicht richtig funktionieren sollte dann kann man sie immer zurücksetzen und wir gucken mal ob dann die apple watch auch von euch verlangt dass ihr sie dann auch wieder entkoppelt vorher also das ist jetzt wirklich interessant ich dachte eigentlich man muss sie zuerst zurückkoppeln also entkoppeln hier und dann dingsbums code nicht hinzufügen fortfahren fortfahren ich tappe mich jetzt mal nur später ausführen was wollte ich jetzt sagen dass die apple watch dann sich automatisch zurückstellt das ist ja eine coole sache ne auswählen tippen zum scrollen und bewegen streichen genau das ist jetzt das ganz normale einrichten was hier von statten findet also gleich zeige ich euch dann nochmal wie man die app oder die apple watch auch zurückstellen kann im in ihren einstellungen weil die habe ich auch schon gesehen display digital chrome seitentaste anzeige der zifferblatt drücken kurze kurzes intro was ihr machen sollt tippen 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 zum sprech mit siri drücken und halten zum scrollen zoomen und anpassen kann man hoch und runter scrollen seitentaste zum anzeigen des docs drücken das ist das da unten und natürlich könnt ihr apple pay benutzen mit doppelklick und für die not notfall pass natürlich auch genau so was haben wir noch alles durchgelesen sehr schön so warten wir noch bis die apple watch bereit ist und dann zeige ich euch das noch wie man sie aus der apple watch selber zurückstellt also auf werkseinstellungen zurückbringt weil ich glaube ich wäre jetzt nicht so so froh nur sie zu entkoppeln ich würde glaube ich bevor ich sie verkaufe auch hingehen und sie wirklich auf werkseinstellungen zurücksetzen um da sicher zu sein dass sie auch nicht noch daten von mir drauf haben würde wenn ich sie verkaufen wollte also erstmal ich würde sie dann zurücksetzen und danach entkoppeln vielleicht würde ich anderen weg nehmen erstmal entkoppeln haben wir jetzt gezeigt wie das geht auf der app und aber das zurücksetzen der apple watch selber sollte man dann auch noch mal zeigen und das machen wir jetzt wir warten bis sie wieder zurück im leben ist da sind wir wieder jetzt sollte sie wieder funktionieren das tut sie auch hier seht ihr sie was wir machen ist krone drücken dann hier unten hin einstellungen jetzt runter und allgemein und jetzt runter und zurücksetzen einstellungen inhalte löschen die aktivierungssperre wird beim löschen nicht entfernt und verhindert dass andere diese apple watch benutzen können falls sie verloren geht oder gestohlen wird zum entfernen der aktivierungssperre muss die apple watch vor dem löschen entkoppelt werden ihr habt gesehen gerade wir haben sie ja entkoppelt dann wurde sie wieder automatisch rebooted und dann wieder neu gekoppelt das heißt also die aktivierungssperre beim löschen nicht entfernt und verhindert dass andere diese apple watch benutzen können das heißt also wir haben da die icloud sperre drinnen das heißt also wenn wir sie entkoppeln von unserem gerät wird sie automatisch zurückgesetzt ok also einstellungen inhalt löschen alle medien dateneinstellungen werden gelöscht aber die aktivierungssperre wird beim löschen nicht entfernt zum entfernen der aktivierungssperre muss die apple watch vor dem löschen entkoppelt werden möchtest du wirklich fortfahren alles löschen so also hier seht ihr jetzt wird eine löschung vollzogen zack da ist es aber die hat trotzdem noch die icloud sperre drinnen und deshalb müsst ihr zwingender zwingender meise die oder das gerät auch noch dann entkoppeln auf eurem iphone ich finde das ein bisschen doof weil bei der entkoppelung haben wir gesehen wurde das gerät neu aufgesetzt dass ihr nicht darauf informiert werdet dass sozusagen ihr es nur entkoppeln müsstet auf dem iphone aber hier seht ihr jetzt wieder die gleichen zeichen also das ist der beweis dafür hiermit wird sozusagen zurückgesetzt also reicht es wirklich wenn ihr auf dem iphone die entkoppelung durchführt danach wartet bis hier dann wieder das apple logo erscheint und dann könnt ihr das gerät wieder verkaufen zum beispiel oder einschicken etc ihr könnt natürlich dieses zurücksetzen und neu booten dazu benutzen wenn ihr schäden habt an der architektur wenn ihr schäden im inneren habt wenn es also nicht so richtig funktioniert wie es funktionieren soll ok also wenn ihr euer gerät verkaufen wollt geht auf das iphone löscht es dort entkoppelt es und dadurch wird eure apple watch direkt in einem zurück gesetzt und kann dann wieder neu gekoppelt werden von dem neuen besitzer wenn ihr nur ein problem mit der apple watch habt die nicht richtig funktioniert hier dann könnt ihr auch so vorgehen wie ich im zweiten teil es gezeigt habe das heißt also ihr geht hin in die apple watch selber unter einstellungen dann allgemeine und zurücksetzen wenn danach müsst ihr die apple watch sowieso wieder neu koppeln wie ihr hier seht nehmen ist das iphone wieder ran bringen und dann würde es wieder zurückkommen ok also diese beiden versionen gibt es wenn ihr verkaufen wollt oder zurückschicken wollt dann geht ihr hin und holt euch die apple watch ähm aus dem iphone raus und wenn ihr sie neu aufsetzen wollt geht ihr halt dahin und setzt sie über die i watch selber zurück müsst ihr dann auch wieder koppeln weil ansonsten ja hier die sperre drin ist wenn ihr neue besitzer kehrt ich hoffe ich konnte euch helfen ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zun 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 Untertitelung des ZDF, 2020